So, herzlich willkommen zu Part 64! Ja, ich muss erst mal die Flasche aufkriegen. Ja, ich trinke wieder Energy Drink. Das ist schon der dritte mittlerweile. Macht aber nichts. Sorry. Hab ich was im Hals. So. Wir machen mal Downton. Downton 3. Und dann, wie der gerutscht ist auf der Seite. Das ist ja krass. Alter. Sagt mal. Habt ihr gelitten oder was? Das ist klar durch die Gegend. Müllcontainer. Checkt der mich einfach weg. Ist der behindert? Oder was? Aufmucken, hä? Hä? Fahrt gleich mal hinten rein. Noch ein paar Reifen mit. Sind ein Dutzend billiger gerade. Die fahrt auch mal hinten rein. So. Bäääää. Verlieh die Kontrolle. Alter, mein Auto sieht so gesund aus schon, ja. Boah, die schluck auf. Nicht gut. Ich nehme gerade eine Sitzgelegenheit mit. Auch schieben. Er ist eklig, im Dings zu rotzen. Das Mikro. Ja, ich weiß das. Irgendwas im Hals heute. Das tut mir echt leid. Muss ich's durch und hier auch. Und jetzt um die Hustereien werde ich nicht rausschneiden. Lass ich mal drin. Auch wenn's blöd ist, aber... Alter. Baaam. Alter. Das war geil. Zwei von drei Runden. Baaam. Das ist weiter. Oh, sogar rausgecrashed. Das ist ja super. Oh, die Musik passt hier auch ganz gut zu. Also, ich hab da jetzt, äh, keine Bedenken, sag ich mal, die hier so ein, äh, laufen zu lassen. Die Musik. Und, ähm, nicht nur wegen der GEMA, auch so. Ähm, weil die passt hier eigentlich ganz gut rein. Würde ich mal so sagen. Baaam. Lama, ging aus der Sicht. So. Achso. Hä, dritte Runde jetzt. Zumindest letzte. Alter. Mein Hals, ne? Das ist unfassbar. Hallo. Ah. Na gut, ich hab... Vorsprung. Hm, hm. Ist trotzdem blöd. Hm. Ja, irgendwas im Hals ist echt blöd. Trotzdem gar nicht. Ich hab mal, das Ziel kaputt. Ziel kaputt gefahren. Toll, jetzt musst du das Ziel bezahlen. Nein. Bezahlt der Staat. Toll, dann gibt's nachher wieder eine Steuererhöhung. Du beschwerst die nachher. Ah, gut, kann passieren, aber... Was soll's, ne? Da 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 Rennen! Timberlands! Spielrunden! Aber die Musik passt teilweise auch richtig gut hier rein. Muss ich echt mal sagen! Der Baum passt da nicht rein. Der passt in deinen Arsch. Der passt nicht in meinen Arsch. Woher wirst du das wissen, hä? Ich hab doch letzte Nacht einen Baseballschläger reingeschoben. Ach so? Warum? Naja, fand ich lustig. Du findest das lustig, anderen Leuten einen Baseballschläger in den Hintern zu schieben? Das geht mit dir nicht. Von mir ist das aber nicht so. Deswegen ist mein Arsch auch immer so geweiht am Morgen. Deswegen guckt mir mein Arsch manchmal auch so nicht. Jetzt weiß ich warum. Warum? Aber er lasst das in Zukunft. Ich will sowas nicht und find das ekelhaft. Na gut. Dann lass ich gut. Hab ich aber gerne gemacht. Ich kann mal sowas gerne machen, anderen Leuten einen Baseballschläger in den Arsch schieben. Das geht. Wenn's ein Fetisch wäre, könnte ich verstehen, dass man Leuten einen Baseballschläger in den Arsch schiebt. Aber... Äh... Äh... Sonst... Äh... Bei dir, da... Mach ich mir ein bisschen Sorgen. Warum? Weil du das gerne machst. Ich meine, hallo? Ist ja niemand ein Fetisch bei dir oder so. Ähm... Man kann doch anderen Leuten keinen wesentlichen Baseballschläger in den Arsch schieben. Aber in eine Salatgurke. Sag mir jetzt nicht, lass mir eine Salatgurke hinten reingeschoben. Das war ein anderer Abend, wenn du noch Salatgurken hattest. Sag mal, ähm... Das hat letztes Gurkensalat gemacht. Und die eine Gurke davon hab ich dir in den Arsch geschoben. Natürlich hab ich hinterher auf der saubergemachten Gurke. Ihhh... Alter, ich kotzt gleich. Mann, die Gurke hab ich gegessen! Sag mal, bist du behindert? Ich kann doch keine Gurke essen, die mir einer vorher in den Arsch geschoben hat. Boah, wie ekelhaft ist das denn bitte? Boah... Wieso hast du mir das nicht gesagt? Hm... Ich dachte, du bist sauer auf mich dann. Jetzt bin ich sauer auf dich! Boah... Alter... Ich glaub, ich muss den nächsten Kühlschrank abschliessen, dass er mir nicht noch mehr Gurken in den Arsch schickt. Boah... Und seid doch froh, dass du die Gurken geschält hast, bevor du wieder Gurkensalat gemacht hast. Naja, ne... Deswegen haben die auch so würzig geschmeckt. Ich hab gedacht, ähm... War ich da zu viel Salz dran gemacht, oder was? Deswegen waren die so würzig! Alter... Ist ja ekelhaft. Ich geh ja gar nicht. Bah... Sorry, dass es so eklig ist gerade, aber ich kann auch grad kopfen. Weil das so ekelhaft ist. Boah... 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 Das hier... No�... Was noch das? Did so schön. Ich fahr ja auch spazieren, wie das aus was aussieht. Boah, wie es aussieht, gewinne ich Ganz gut Also muss ich auch wieder reinkommen erst mal Wow Weggecheckt Beidseitig Kann ich auch mal wieder respawn? Danke Ich hämme auf dem Air, weil ich hier respawnen wollte Und das ging nicht Warum? Was geht das immer, weißt du, und jetzt Wenn man es braucht, dann Oh, ein Reifen, schön Hey, ich hätt mal ein Reifen zu mitnehmen, bitte Weißt du, gehst mal zu Macis Also zu McDonalds Und sagst, hey, Alter, ich hätt mal Einen Big Reifen zu mitnehmen, bitte Mit extra viel Pommes Und mit extra Extra mit Gummi-Beschichtung, weißt du Oder mit extra viel Grip Nein, das heißt nicht, äh, der Ähm Das heißt nicht, einen Reifen zu mitnehmen, das heißt Der Mac-Grip Zu mitnehmen Wegen Mac-Grip und so Oder ein paar Spare-Grips, weißt du Wegen Reifen-Grip und so Oh Mann, jetzt fange ich schon wieder an Scheiße zu reden Jetzt wirkt er Ja, jetzt wirkt er Energy-During-Glangsam Wenn ich anfange hier Scheiße zu labern, dann geht das richtig los Das ist der Labor-Soundtrack von Battle Hall of Hell Wie man gerade hört Finde ich auch ganz nett Kann man sich auch anhören Wie die Unsier gequietscht Ach nee, geht auf den Sand gar nicht Ja! Mh! Mh! Oh! Ich wollte gar nicht wieder runter�asen. Bäh! Oh sorry! 37, ok. Fuck! Haben wir noch? Können wir gleich ein Rennen machen? wenn der nächste Part wird nein, ich will ihn spoilern ja, das machen wir noch fertig dann haben wir den Streetwear Club abgeschlossen und dann machen wir den nächsten Club Capacona quasi so BAM oh, Entschuldigung das war der der Energy Drink der hatte auch mal was zu sagen nur ich ich verstehe nur kein Energy Drink ähm, ja BAM ja genau nee, das war ja eine geile Kombi gerade das war geil bin hier hinten reingefahren der ist den anderen hinten reingefahren und dann ist eine kleine Kettenreaktion gewesen gerade war schon nicht schlecht da stehen hier auch Schilder auf der Straße ich meine Schilder auf der Straße ist ein bisschen blödsinnig ich meine neben der Strecke hätte ich mir vorstellen können oder über oder direkt auf der Straße naja vielleicht waren die Verkehrsarbeiter einfach nur besoffen und haben die auf der Straße gestellt nein Feuerwehr ich ramm dich nicht ich habe nicht gerammt Entschuldigung Feuerwehr 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 wow ich habe keinen Unfall gebaut weil ich hier kaum was sehe scheiß Sonne ich hasse Sonne naja gut eigentlich nicht aber wenn ich spiele und mein Bildschirm so behindert aussieht dann hasse ich die Sonne ja ich mag die dann auch nicht sind wir uns jetzt mal ein eigentlich du sagst so wenig Bro ja weil du weil du ja auch dauernd laberst laberst gerade wie Sylvester Stallone ja aber es kommt wegen Energy Drink das kommt dadurch warum das ich so viel labere das ist ein kleiner Nebeneffekt ist aber nicht schlimm kann man machen das labert man ja auch nie so viel kann man machen das war das Fenster kaputt hui fährst aber eigentlich sehr gut würde ich mal sagen für deine Verhältnisse ja da sag ich mal mein Schreibtisch ist so komisch dreckig na gut Feuerwehr nein ich liebe Feuerwehr mit der Feuerwehr habe ich es auch ne ich liebe keine Feuerwehr liebe keine Feuerwehr ich liebe dich ich liebe dich ich liebe keine Feuerwehr guck mal wo hast du gelitten ähm weiß ich nicht ja irgendwie schon ne weil was auch wie Feuerwehr wären gesungen ja aber nicht so komisch obwohl sich das niedlich anhörst in deiner Stimme irgendwas wie so ein kleines Kind ja weil ich keinen Stimmbruch erleiten habe oder naja ja komm so ein ne ne oh sorry nein ich habe mich gekotzt das einfach nur husten ist weil ich ich habe was im Hals ich höre es nicht ich weiß auch was du im Hals hast was denn eine Luftröhre alter gut dann mache ich hier ja acht aufgrund dann mache ich hier eine kleine Aufnahmepause wenn es euch gefallen hat baum hoch ähm kommentieren damit ihr nichts verpasst auch abonnieren und wir sehen uns im nächsten Part bis dann